Florian Silbereisen zieht sich am zweiten Weihnachtstag alleine ins Schlafzimmer zurück. Seine Familie lässt er dabei im Wohnzimmer zurück. Florian Silbereisen braucht am 26. Dezember Zeit für sich allein. Als einer der größten Showmaster unserer Zeit könnte man davon ausgehen, dass Florian Silbereisen, 42, stets umgeben ist von anderen Menschen. Zahlreiche Schlager-Stars kämpfen darum, in seinen Shows auftreten zu dürfen und auch hinter den Kulissen soll der Moderator ein sehr netter Typ sein. Wie bereits diverse Musiker berichtet haben. Ben Zucker, 40, hat erst kürzlich im exklusiven okmark.de Interview verraten, dass er und Flori gerne häufiger zusammen Fußball gucken oder essen gehen würden. Gerade an Weihnachten sollte ein solch sympathischer Kerl wie Florian Silbereisen also nicht allein sein müssen. Oder etwa doch. Wie der Stern berichtet, soll der 41-Jährige im Super-Illu-Interview offenbart haben, sich jedes Jahr am zweiten Weihnachtstag allein ins Schlafzimmer zurückzuziehen. Am 26. Dezember strahlt das ZDF bekanntlich die neuen Folgen. Von das Traumschiff aus, in dem der Schlager-Star seit 2019 den Kapitän Max Prager mimt. Wenn die Filme mit ihm in der Hauptrolle über die Mattscheibe flimmern, distanziere sich Florian jedoch schlagartig von seinen Liebsten. Das Traumschiff kann er sich nicht mit seiner Familie ansehen. Seit ich Kapitän bin, muss ich mir die Sendung immer allein nebenan im Schlafzimmer ansehen, da ich zu aufgeregt bin. Um mit der Familie im Wohnzimmer zu schauen, gesteht Florian Silbereisen. Die direkte Reaktion seiner Angehörigen könne der TV-Star wohl einfach nicht ertragen. Dabei dürften Mama Helga, 72, und Papa Franz, 75, doch sicherlich die größten Fans des Traumschiff-Darstellers sein. Ansonsten schätze der Musiker die Zeit mit seinen Liebsten sehr. Ich bin das ganze Jahr unterwegs, da ist Weihnachten für mich heinkommen. Weihnachten ist Familie, schwärmt Florian. Ich bin das ganze Jahr unterwegs, da ist Weihnachten für mich heinkommen.